Hey meine Freunde und Willkommen zurück zu einer neuen kleinen Folge Cygners. Also wir haben jetzt so ein bisschen was hier aber wir haben nichts was wir recyceln können außer die hier. Die wir letztes mal gesammelt haben und recycelt. Ich habe gesehen hier war noch irgendwo Metalle. Hier holen wir uns jetzt. Wir haben noch fünf. So das war's. Ich wünsche wir können schneller laufen. Das wäre cool. Aber das Gute ist wenn wir Essen brauchen können wir aber erstmal die Früchte sammeln. So. Zumindest zwei. Ein paar kriegen wir zusammen. Gut. Jetzt schicken wir noch was in den. Ah den Recycler haben wir eigentlich schon vorbereitet für die nächsten zwei Tage. Jetzt will ich nur mal gucken ob das auch noch passt. Ja guck dir das an. Aber das müssen wir weg. Wir müssen jetzt erstmal den hier machen. So. So. Jetzt müssen wir wieder einen Tag warten. Create Power Coins the Processing. Aber das können wir als nächste Folge. Ja nächste Folge. Nächste Tag. Machen wir hier sammeln. Irgendwas was schnell geht. Und die Materialien brauche ich hier irgendwie am ehesten. Würde ich jetzt mal behaupten. Los geht's. Also. Wir haben die fertig. Die sind fast fertig. Der Power Core. Fertig. Und wieder ein Level. Haben wir eigentlich neue Waffe gekriegt? Was meint ihr? Scharfschützengewehr? Oder das ist automatisch? Das Sturmgewehr ist schon nice. Ich mach jetzt erstmal den Power Core. Was? Können eigentlich mehrere machen. Das können wir erst, wenn wir den Power Core fertig haben. Also gehen wir wieder auf Mission. Nein. Wir haben jetzt Stamina-Elb, Freunde. Warte mal. Wenn wir jetzt 2-1 machen. Können wir mehr sammeln? Ne. Kriegen nur ein Shield. Jetzt holen wir uns noch die Abilities rein. Hä? Wenn Walling. Achso. Können wir die Hellenrolle machen. Ah, okay. Das verbessert jetzt einfach nur die Granaten. Okay, got it. So, jetzt haben wir noch Elb-Stamina. Holen wir uns noch schnell ein bisschen Metall. Irgendwo muss ja hier noch ein bisschen was sein. Ah, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Wenn man jetzt noch schnell laufen könnte. Oh, Errungenschaft. Mining for Gold. Gut, Metall haben wir mehr als genug. Dann gehen wir jetzt mal. Hier können wir noch nicht hin. Aber hier. Bleibt jetzt nicht mehr viel, ne? Level 5. Jetzt probieren wir mal. Ach, krass. Wenn wir die Rolle machen, gibt's ne Granate. Freunde, ich bin bereit. Keine Gefahr. Oh, verdammt. Das war nicht genug Schaden. Lease Area. Das war's schon. Immer so ein bisschen hier in den Winkeln gucken. Nicht, dass wir irgendwo noch Loot verlieren. Aua. Ah, der beißt zurück. So. Das müsste auch irgendwo noch Loot sein. Ne? Ja, gut. Und Freunde, was haltet ihr von dem Spiel? Da ist der Loot. Ein Verrot Detection-Grisse. Oh, das ist... Ja, können wir jetzt nicht einsetzen. Oh, tschüss. Oh. Ah, ich vergesse. Die Anfangsgranate, die ist ein bisschen schwächer. So. Erledigt. Aha. Erledigt. Diese Feuergranate, die macht so Schaden, das ist krass. Bin so froh, dass wir auf Engineering gegangen sind. Das war's schon. Das war ein bisschen easy. Was meint ihr ab der Tee? Soll passen. Zwei Power Core. Sonst nix? Hm. Level zwei. Sechs Prozent mehr Schaden. Wir nehmen jetzt zunächst mal Scharfschützengewehr mit. Da haben wir auch sechs Prozent. Wird der Tag kommen, da brauchen wir das. Bin ich mir sicher. So. Dann machen wir erstmal das. Eins bei dem anderen. Dann haben wir die Basis wieder top aufgebaut. Jetzt können wir wieder forschen. Generation und Battery gleich Efficiency. Minus Consumption. Macht Sinn. You can view electric status in the top right corner. So viel machen wir? So viel verbauen wir. Basis Notification Display. Aha. Serious Issue. Moderate. Minus. Was ist passiert? Warum funktioniert das nicht? Die Hauptgrieche hat Unterwalt. Die Hauptgrieche hat nicht zu einem Energie zu verabschieden. Aller der Gebäude. Was können wir tun, um zu verabschieden? Ich sage, dass wir ein bisschen Biomass aus dem Umgebung haben und es um es um es um zu generieren Energie zu erzeugen. Humanität hat eine lange-zahne Tradition. Okay. Electric. Electric. ...kombusten Carbohydrates, um zu verabschieden ihre Energie zu erzeugen. After all. Ich liebe diesen Sarkasmus. Ich habe mich schon jetzt in die Verliebt. Okay. Deswegen drei. Jetzt machen wir ein bisschen Biomatze. So. Sollten wir jetzt ein bisschen Elektrizität kriegen. Jetzt müssen wir wieder einen Tag warten. Und zückisch, jetzt brauchen wir Cloning Facility. Clone. Cool. Wiederbelebungsstation. So, was brauchen wir hier? Ich würde sagen, vielleicht noch die hier brauchen wir. Research Security Crafting. Könnte ich das researchen? Ach, das in der Science Fabrik. Ah, okay. Aha. Von den Bars brauchen wir ein paar. Und das Granulat. Dann können wir dafür noch ein paar machen. Und ab dafür, Freunde. Was nehmen wir uns? Irgendwas Schnelles. Schnelles. So, für auf die Hand. Was haben wir denn hier? Ich will lieber die. Aber vorher. Freunde, wir haben hier neuen Staff. Guck mal hier. Science 2. Science brauchen wir dafür. Stufe 2 sogar, ne? Okay. Okay, okay. Ah, wir haben hier einen neuen Staff. Und ich habe gesagt, ich will das Scharfschützen gewerfen. Okay, ab. Das Spexikop und Powerpuff. Also, macht schon einen krassen Unterschied. Wir haben die eine jetzt so stark trainiert, dass die andere so schwach geworden ist. Also, es macht sich schon Sinn, am Anfang zu spezialisieren. Habe schon. Ja. Headshot. Voll ins Knie. Oh, Jesus. Die meinst du aber gut mit mir. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Okay, 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 okay. Die hau ich jetzt mit einem Schuss weg. Ah, das war zwei. Das war's. Boah, das Scharfschützgewehr ist nicht schlecht. Aber ich glaube, wir bleiben eher beim Sturmgewehr. Sagt mein Bauchgefühl. Was sagt ihr dann? Bisschen gelootet. Ist schon sehr kampflastig, das Spiel. Das muss ich schon sagen. Aber mal was anderes. Energy Crisis. Freigeschaltet. Ah, fast Level 3. Ah, okay. Wir machen nur eine Runde mit dem Scharfschützengewehr. Dann sind wir bei neun Prozent. Wir machen nur eine Runde mit dem Scharfschützengewehr. So. Was convert? Status 1. Ach, für Stamina können wir die Sachen direkt machen. Das ist interessant. Dann holen wir uns noch ein bisschen Masse. Bisschen Biomasse. Schlechte Zeiten. So. Nächste Runde können wir in den Circuit. Sollten wir schon mal alles vorbereiten für den. Dann holen wir uns noch einen von denen. Ich glaube, von denen kann man nicht genug haben. Das ist so eine von diesen Ressourcen. So. Fertig. Oh ja. Die liebe ich. Hey. Was machen wir? Schon wieder das mit den Kristallen? Ich hoffe, da kommen noch später coolere. Tag neun. Schön. Ja, alles gut geklappt. Schon Level 7. Restore the base. Cloning facility. Search. Sustainable energy at science. Ja, dann will ich nicht mehr Biomasse sammeln. Das ist eine gute Idee. So. Sustainable energy. Require promotion rank employee. Ja, okay. Und wie kriege ich den? Wahrscheinlich durch die Klonfabrik. Wir brauchen den Circuit. Wer hätte das gedacht, Freunde? So. Machen wir direkt mal mehrere. Und dann machen wir für morgen auch mal zwei. Und bei Recycling tun wir jetzt die ganze Biomasse reinwerfen. Tun wir. Meine Lehrerin hat immer gesagt, tun wir, sagt man nicht. Okay, noch ein bisschen Biomasse. Oder wir holen das Element. Das wäre besser. Schlauer. So, jetzt haben wir hier mal so einen gemischten Karren. Wir haben 300 Energie. Also es sollte jetzt erstmal reichen. Und dann werden wir den Employee nächste Folge haben. Können wir bestimmt Leute einstellen. Kommt, komm, 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 sammeln. Diese Combat-Sachen mag ich nicht ganz so gerne. Ich will lieber was bauen und so. Freunde, von dem Spielprinzip muss ich sagen, ist es mal interessant mit diesen Runden basiert. Du hast dann immer einen Tag, wo du was machen musst. Auch das mit dem Kämpfen ist auch mal interessant. Der ist noch nicht ganz fertig. Ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel noch entwickelt. Wenn wir jetzt hier das letzte Gebäude haben, was kommt dann als nächstes? Können wir dann frei bauen? Wer ist das? Bin ich das? Arbeite für mich! Mein Klon. Are you okay? I'm more than okay. I'm whole again. Uh, okay. Whole? My new body was only partially processed before you came along. Now I'm 100% functional. This cloning facility's bioprinter must have shut down before he could be fully reinstated. So that's like a 3D printer, but for people. Not people, disposables, though the rest of your statement is not entirely inaccurate. Trocken wir einfach mal Menschen. Sorry, I don't... No need to apologize, friend. I'm Max 23, disposable contractor for Cygnus Enterprises. Likewise, it'll be great to have some company around. You're a new contractor, right? You must have tons of questions. Äh, eigentlich nicht. Ich kann Klone drucken. Das ist doch cool. Contractor, I've received an important update from Cygnus Enterprises. Go on. You are now eligible to enjoy the perks of the cloning facility. Congratulations. Danke. What do you mean? Your contract stipulates in the likely event of the contractor's disposal, the company will properly reconstruct the contractor in an on-site cloning facility, if the technology is available. And what if I... Opt-out clause not found. Referred to company statute 880. Never re... Okay, das war's. Reden wir mal mit dem. I can't go to bed on an empty stomach. Especially when I don't have a bed. Would you kindly provide me some food and shelter? Der braucht einen Job. Und einen Shelter. Ähm. Okay, ähm. Okay. Okay, okay. Ich guck mir das jetzt mal an. Ich kann also die Dinger klonen. Tod. DNA. Klon. Using clone during a combat mission allows you to weed ploy onto the field. Aber in defeat. Using clone. Aha. Aha. Make charge. Clone. Being produced in clone facility using this during a combat mission allows you to... Okay, wenn wir also getötet werden, können wir den benutzen, um uns wieder neu zu regenerieren. Oder wir können, äh, für eine DNA, die wir dann hier, die wir hier erzeugen, unsere States zurücksetzen. Ah, komm, wir machen mal eine. Könnte nicht... Nicht so blöd sein, mal hier eine auf der Hundenkante zu haben. So. Also. Der braucht einen Job. Wohin schicken wir den? Vielleicht schicke ich ihn hier hin. Ha. Oder auch nicht. Wir haben noch 20 über. Ich mach mal nochmal ein paar von denen. Hm. PSP to promote. Apply. Yay, wir sind befördert, Freunde. Return base to profitable state. Ah, jetzt müssen wir mit der Basis Geld verdienen. Das ist cool. Das ist cool. Dann können wir bestimmt noch mehr bauen jetzt. Ja, Build Mode. Wir können bauen, Freunde. Aber wie wir bauen, das, Freunde, sehen wir in der nächsten Folge. Also wieder einschalten. Und bis dann. Wörtaschi. Ciao.